Bist du bereit? Und Chef, halt die Augen offen nach der Wiega. Sie ist irgendwo in dieser Basis. Muss nur noch dieses Schloss aufkriegen. Morgen. Howdy. Ich sollte die Leiche hier nicht rumliegen lassen. Das war zu knapp. Bin am Computer des Luftabwärtssystems. Du solltest das Zielsystem umprogrammieren können. Ich muss nur die Sicherheitssperre überwinden. Ich muss nur die Leiche hier nicht rumliegen lassen. Bin drin. Ich kann die Luftabwehr so einstellen, dass sie sich selbst und ihren Heli angreift. Ich muss dazu nur noch dieses Chiffre lösen. Fertig. Jetzt wird die Luftabwehr sich selbst und ihren Heli abschießen. Zwei auf ein Streich. Bleibt nur noch ihr Radar. Mach sie blind, Chef! Bist du da? Bin da. Statusbericht. Davon könnte ich was an den Verteidigungen platzieren. Alles klar. Geh und finde ihn. Melde dich, wenn du etwas findest. Die sehen uns nicht kommen, wenn ihr Radar aus Einzelteilen besteht. Ihre Radarschüssel ist präpariert. Die werden nicht sehen, dass wir kommen. Das werden alle Ziele. Und keine Spur von der Waffe. Es muss eine Sicherheitsstation geben. Siegen wir aus allen Ruhen. Feuer uns rein. Ich sehe hier verstärkte Aktivität. Sei besonders gut. Ich bin am Sicherheitsgarten. Sekunde. Es ist mit einer dieser Chiffre gesperrt. Ich bin drin. Geh und dann morgen, Commander. Das ist kaum genug Zeit, um vollständig Zeit. Ja, das Risiko einer konnte... Ich wäge die Risiken ab. Commander, wenn... Wir haben getan, wofür wir gekommen sind. Die Waffe wurde verschickt. Verschwinden wir, bevor die CIA oder die Russen uns bemerken. Deutlich genug? Ja, Ma'am. Es war hier ziemlich ruhig, aber ich rechne nicht damit, dass es noch lange so bleibt. Kommt mit mir. Das soll wohl ein Scherz sein. Wer entwickelt so einen Scheiß? Arkes 1, aus Nordosten nähert sich ein Flugobjekt mit hoher Geschwindigkeit. Siehst du das? Das Ding fällt dauernd aus. Was seht ihr? Raketen und Helikopter unternommen. Seid! Wir sind gerade in der Linie. Wir haben alle gekriegt. Körpers. Wir sind gerade in der Linie. Wir sind gerade in der Linie. Das ist eine Scherz. Das ist eine Scherz.